Die SPD hat sich ja sehr früh im März dieses Jahres schon positioniert, dass sie wieder ihren Oberbürgermeister unterstützen will. Wir freuen uns sehr, dass heute die Linke auch dieses klare Votum abgegeben hat. Denn wir denken, dass wirklich nur ein starkes Bündnis und ein klares Signal dazu führen wird, dass er, Dr. Norbert vornehmen, auch wiedergewählt wird, das was wir ja wollen. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Linke heute so ein klares Signal gesetzt hat. Vielen Dank.